Eskalation Jo, und hier bin ich wieder, Philipp vom Quabel-Team und wir spielen hier wieder in Crysis 3. Ich hoffe mal, dass ich das in meinen Ferien mal durchzocken kann, denn ich freue mich auf mein nächstes Projekt, aber dazu dann später mehr. Ja, ein bisschen leiser noch mehr auf meinem Ohr. Der ist ja böse zu seinen Freunden. Mal gucken, ob wir die Scorcher attacken können. Da sind sie weit weg. Wo geht's hier hin? Oh, das ist aber laut auf dem Ohr. Heck mal das Ding mal hier. Und den Scorcher auch noch. Wie komme ich denn da hoch? Ich bin unten! Ja. Und weiter geht's, ja. Ja, komm schon. Mach mal das mal hier. Guck mal, ob das geht. Ich hatte schon seit einer Weile was im Nacken. Das wird jetzt etwas... Hallo, Leute! Okay, ich flieg zwischen die Häuser. Das dürfte sie aufhalten. Okay. Und das funktioniert? Nö. Keine Ahnung. Bestimmt nicht. Ja. Ja. Hab ich. Toll. Weiter geht's. Das ist unser Nächster. Das ist unser Nächster. Jawoll, ja. Ja. Oh, den hab ich nicht getroffen. Ich treffe ihn nicht. Nächster. Oh. Weiter, 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 los, 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 los. Ich ne. Ups. Ja, daneben. Oh, scheiße. Daneben. Daneben. Oh, scheiße. Ja, endlich. Die waren geschossen. Haben wir es geschafft? Nö. Ja, endlich. Ich hab es gezogen. Das ist aber fies. Aufpassen. Ja. Ja. Ich hab es gezogen. Das ist aber fies. Oh, zum Glück jetzt. Wir sind die geborenen Flugsoldaten hier. Ein Doppel-Doppel-Kell. Fuck. Den hab ich nicht gesehen. Wenigstens speichert das ab und zu. Oh, Mensch. Treff ich nie. Und wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind die Gegner? Alle rein. Scheiße. Gar nicht so einfach. Jeder andere hätte es wahrscheinlich geschafft. Sag mal, das ist der Ehr. Jetzt endlich mal weitergekommen hier. Die hab ich auch. Nee, scheiße. Komm schon. Hol ihn dir. In der Geschichte. Wo? Pfeffer, das war's. Okay. Auch nie besser, würde ich sagen. Da geborene Pilot. Wir haben es geschafft. Scheiße. Können wir nur nicht um die Zergebärze, ich heiße dich auf. Oh, ja, Sir. Natürlich, Sir. Ich darf das Flugzeug des Herrn reparieren, während er ganze Alienhorden ins Jenseits schiebt. Ganz toll. Deshalb bin ich zur Armee gegangen. Und fertig? Ja. Ich wollte dich noch nicht stören, weil du gerade so viel Spaß hattest. Nein, ich bin natürlich noch nicht fertig. Los. Profit, steig ein. Ah, sie ist ja. Zwei Teile getötet und... Ich fall da jetzt bestimmt raus. Hast du das schon mal gesehen? Was ist das? Was ist der Teufel? Tötet mir deinen Teufel! Ja, toll. Ich bin wieder der Arsch hier. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht. Naja, jetzt nicht. Anzug, Neustart. Der Mastermind. Der Mastermind. Der Mastermind. Der Mastermind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 kommt alles weg hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020